Wirklich wundervoll, Usbekistan, Albanien, ich glaube, das haben wir alle durch, oder? Wir haben alle durch, ne? Tunesien, natürlich, der Champion ist am Start. Das ist Nizar übrigens, kannst du ein paar Grüße ausrichten, heute ist er angekommen. Ihm wurde schon zweimal das Portemonnaie geklaut, Leute, wirklich, das ist... Tunesien beklauen sich sogar die Stewardessen, Leute, wirklich, das ist gradion. Dankeschön!